Das ist die Rolle von Hermann Göring, zu dem ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage ich, bin ich zu spät. Der schleicht er dann gleich wieder ab, kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Und die eigentliche Szene oder was, was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, wo ich in den nächsten Szenen, die ich habe. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Gezuchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Silent Breed is people!